Hallo und herzlich willkommen. Alles was ihr heute braucht, ist ein Hand und zwei Gewichte. Wenn ihr das nicht habt, nehmt ihr einfach zwei Flaschen. Wir fangen an mit der Herbergen. Tipp, Held. Ganz locker, einfach mit der Fußspitze. Wir fangen an mit der Schulter nach hinten zu kreisen. Nach vorn. Und wir schieben. Versucht irgendwas wegzutun. Zack, zack. Spannung, aufbauen. Schieben, schieben. Und das Kleidchen nach oben, über den Kopf. Zieh, zieh. Noch ruhig atmen. Und wieder zur Seite. Schieben. Oberkörper mit eintreten. Und noch einmal nach oben. Ja. Wir haben es gleich geschafft. Wir machen noch vier. Drei. Zwei. Und die letzten beiden. Und lachen. Ausschütteln. So, ihr nehmt euer Handtuch. Fasst das ungefähr Schulterbreiten ein bisschen breiter an. Wie so ein Bust. Fester Stand. Knie leicht beugen. Und wir nehmen die Arme hoch. Und wieder ganz nach oben. Hochziehen. Und tief. Ausatmen. Und einatmen. Wir machen noch vier. Noch drei. Noch drei. Noch zwei. Beim letzten Halten wir oben. Oben halten. Schön fest. Spannung im Bauch aufbauen. Und rücken jetzt fest. Und noch so weit wie es geht. Zur Seite. Wieder hoch. Und zur anderen Seite. Ausatmen. Eilen. Wir machen noch drei. Bleibt schön fest. Arme sind lang. Noch zwei. Und das letzte Mal. Und nach links. Und nach rechts. So. Wir kommen wieder zur Mitte. Arme nach vorne. Jetzt drehen wir nur den Oberkörper ein. Becken ist fest. Und die Arme sind wieder lang. Kopf mit eindrehen. Achtet bitte auf die Hüfte, dass ihr die nicht hier mit rumzieht, sondern die bleibt fest am Wort. Nur der Oberkörper. Jede Seite noch einmal. Wieder zur Mitte kommen. Handtuch nach oben. Wir ziehen wieder zur Seite. Halten wir diesmal. Halten, halten. Und jetzt drehen wir den Oberkörper ein. Machen eine halbe Dringung. Und kommen hoch. Schön großer Kreis. Dürftet euch rund machen. Und oben macht ihr euch schön lang. Wir machen noch zwei. Und der letzte Kreis. Wieder oben halten. Und wir ziehen nach hinten. Höp. Arme hinterschieben. So weit wie es geht. Handtuch ist schön fest. Nicht so lachen, sondern schön gespannt drauf. Zieh. Zieh. Noch vier. Drei. Zwei. Der letzte. Wir ziehen nach links. Halten kurz. Und dann drehen wir uns wieder ein. Schön großer Kreis. Wieder schön rund machen. Und oben lang. Noch zwei. Und der letzte. Und mal anderthalb. Achtung. Wir gehen runter in die Kniebeuge. Arme hin. Und wieder hoch lang. Tief. Und hoch. Tief. Hoch. Wir machen noch vier. Noch drei. Zwei. Und wir bleiben unten. Unten bleiben. Nur die Arme. Nach oben ziehen. Und zurück. Hochziehen. Zurück. Arme bleiben. Hübsch direkt. Kommt gerade. Nicht so wenig nach vorne schauen. Schaut nach unten. Dass die Halswirbelsäule lang ist. Noch vier. Drei. Zwei. Und wir halten wieder oben. Halten. Schön verlängern. Und dann wechseln. Ferse heben. Hübsch. 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 Achtung. Handschuh geht auch. Runter. Und hoch. Tief. Hoch. Probier. Unten halten. Ferden sind auch tief. Und jetzt gehen wir gemeinsam. Hoch. Und wieder ab. Hoch. Und ab. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Wer es scharf hält, wieder. Halten, halten, halten. Wir gehen tiefer. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Fersen ab. Arme runter. Und waffen. Und langsam nach oben kommen. Lacken lassen. Aus. So. Hand weglegen. Und wir nehmen die Hand. Oder die Wasserflasche. Fester Stand. Oberkörper gerade. Brust raus. Und wir ziehen. Und wir ziehen die Hand zur Seite. Ziehen. Und quer Schulterhöhe. Und wir atmen wieder. Ausatmen. Und an. Aus. Und an. Hoch. Ab. Kommt. Ziehen. Ziehen. Wir machen noch vier. Drei. Zwei. Und wieder halten. Wie immer. Ober. Halten, halten. Kommt. Atmen nicht vergessen. Spannung. Schulterhöhe. Halte durch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Zur Brust ziehen. Und lang. Zur Brust ziehen. Und lang. Ja. Hup. Ramp. Raus. Ramp. Raus. Kommt. Ihr schafft es. Haltet die Arme oben. Wir schaffen noch vier. Drei. Noch zwei. Und der letzte. Wir halten am rechten Winkel. Wir halten. Halten. Kommt. Ihr schaut los. Auch wenn die Arme schwer werden. Und jetzt hier. Aufdrehen. Und ab. Aufdrehen. Und ab. Hochziehen. Ja. Kommt. Atmen. Wir schaffen das. Sieht toll. Noch vier. Noch drei. Kommt. Zwo. Halt. Und noch einmal oben. Halten. Halten. Zeigen wir mal Muskeln. Die nicht vorhanden sind von mir. Kommt. Halten. 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 Und jetzt. Hoch. Und ab. Hochziehen. Acht. Die letzte. Die letzte Übung. Kommt. Durchhalten. Ja. Kommt. Wir schaffen auf alle zehn Stück. Das schaffen wir. Noch neun. Acht. Sieben. Sechs. Noch fünf. Kommt. Vier. Noch drei. Zwei. Und der letzte. Und hoch. Und lachen. Das ist ein Ausschütteln. So. Gewicht erst mal verkleben. Und wir kommen jetzt auf den Boden. Setz dich hin. Wir brauchen wieder das Handschuh. Beine entweder strecken oder einfach leicht beugen. Arme wieder nach vorn. Und jetzt ziehen wir wieder zur Seite. Oberkörper eindrehen. Zur Mitte kommen. Und hoch. Mitte. Und nach links. Ja. Schön lange machen. Das ist eure Pause. Genießt es. Jede Seite. Noch einmal. Nach rechts. Hoch. Und noch einmal nach links. Noch einmal nach oben. Und vor. Wir heben jetzt die Beine ab. Genau. Oberkörper ist gerade. Halten. Nur halten. Ganz locker. Gleichgewicht halten. So. Und wenn ihr bereit seid. Durch. Das Handtuch durch. Beine strecken. Und wieder zurück. Ich mach das mal von der Seite. Ich mach das mal von der Seite, dass ihr das besser seht. Durch. Strecken. Heben. Strecken. Kommt. Zieht durch. Macht euer Tempo. Ob langsam oder ruhig. Wenn nicht. Nehmt ihr das Handtuch weg. Und zieht hier ein. Sucht es euch aus. Ziehen. Noch vier. Noch drei. Kommt. Noch zwei. Und das letzte Mal. Ziehen. Ziehen. Und locker. Beine ran. Und weiter zurück. Und schön ruhig. Langsam atmen. Wir kommen zu unserer letzten Übung. Wir kommen nochmal in die Liegestützposition. Wir nehmen uns ein Gewicht. So. Hoch. Und jetzt. Hände sind unter den Schultern. Ellbogen ran. Ziehen. Ab. Und auftreten. Zurück. Ran. Ab. Und auftreten. Schön lang machen. Hö. Ziehen. Und auft. Selbst durchwürdig immer am Boden ab. Absetzen. Hoch. Noch zwei. Noch einmal. Und wir halten hier oben. Halt. Ja. Bauch ist fest. Vier. Vier. Drei. Drei. Zwei. Eins. Zurück. Komm. Und hier halten. Komm. Halten. Halten. Ziehen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Absetzen. Und kurz. Und kurz wieder locker lassen. Setzt euch auch noch aufs Herzen. Und wieder ruhig atmen. Zurück kommen. Und hier letzte Seite. Hoch. Umgekehrt. Langziehen. Absetzen. Und auftreten. Hüpp. 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 Anziehen. Und auftreten. Kommt. Das ist die letzte Übung. Wir haben es gleich geschafft. Noch zwei. Und noch einmal. Hüpp. Und oben halten. 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 Ein schöner Rücken kann auch noch zücken. Wieder zurück. Und noch einmal. Ellenbogen hochhalten. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ablegen. Bleiben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis bald. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.